in diesem video möchte ich euch ein paar tipps im umgang mit sql server management studio mitgeben und ich freue mich sehr wenn ihr meinen kanal abonniert und jetzt viel spaß mit diesem video ich bin nun mit dem management studio verbunden nun ist es in der praxis oftmals der fall dass man auf zwei systemen arbeitet einerseits das echt system auf der anderen seite das testsystem oder auch entwicklungssystem da kann es schon mal vorkommen dass man bei einer abfrage nicht mehr weiß oder übersieht auf welchem system ich aktuell arbeite dazu bietet das microsoft sql server management studio eine sehr angenehme möglichkeit an und zwar kann ich im management studio definieren welcher sql server welche farbe mir anzeigt bei der abfrage wie man das macht das sehen wir es nun an ich gehe auf connect und erhalte nun das anmeldefenster hier gibt es rechts unten optionen und darin befindet sich die option use custom color diese ist bei mir standardmäßig auf rot eingestellt ich kann aber auch eine andere farbe wählen ich möchte in diesem fall zeigen dass die farbe rot für das echtsystem gilt ich bestätige auf mit connect und kann nun mit einem neuen fenster sofort erkennen im unteren bereich dass ich am echtsystem arbeite das kann unter umständen eine fehlerhafte ausführung auf einem echtsystem verhindern tipp nummer zwei das management studio bietet auch die möglichkeit an von filterungen und zwar kann es ja vorkommen dass es eine große anzahl an tabellen und views oder prozeduren existieren und um die übersicht zu bewahren gibt es hier die möglichkeit filter zu setzen das mache ich mit einem rechtsklick auf die tabellen wähle filter und setze nun in meinem fall beispielsweise alles im schema person ich kann aber auch auf gewisse namen oder auch owner und so weiter einschränken ich habe das schema gewählt bestätigt mit ok und erhalte nun einen guten überblick von jenen tabellen mit dem schema person diese filterung kann ich auch für views anwenden für prozeduren und viele weitere datenbank objekte tipp nummer drei hinsichtlich übersicht bietet auch das management studio den explorer an dazu gehe ich im menü auf objekt 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 explorer details und erhalte nun in einem fenster eine gute übersicht aller tabellen und kann diese wie in einem file explorer navigieren in diesem fall kann ich aufs verzeichnis darüber wechseln und in die views wechseln in dieser ansicht kann ich auch noch zusätzlich mit einem rechtsklick in den header noch einzelne spalten wir anzeigen lassen wie zb das letzte bearbeitete datum date last modified wie hier zu sehen einen letzten tipp den ich noch mit geben möchte ist abhängigkeiten innerhalb der datenbank darzustellen es kann vorkommen dass ich eine view oder eine prozedur ansehe und nicht oder beziehungsweise wissen möchte von welchen datenbank objekten diese abhängig ist beispielsweise hier diese human resource job candidate view kann ich mit einem rechtsklick auf view dependencies auf objects an which diese view abhängig ist sofort erkennen dass es eine abhängigkeit zu der tabelle job candidate gibt wie ihr seht bietet diese funktion eine nette übersicht der einzelnen abhängigkeiten falls ihr fragen dazu habt hinterlassen wir einfach ein kommentar ich werde euch antworten tschüss und bis bald